herzlich willkommen liebe zuseher zu einer neuen ausgabe von unserem time of change tv und wir haben heute ein thema weil viele menschen sagen einen scheiß muss ich und ich habe jemand hier der sagt genau richtig einen scheiß musst du und da würde ich heute mit dem franz ragginger darüber sprechen denn er ist urkraft mentor und lizenzierter pressworkmaster wir hatten schon ein gespräch zusammen eine sendung gemacht das war so spannend wir müssen auch noch tiefer reingehen weil du bietest eben seminare an genau diesen titel wo viele sagen ja was haben die dafür sprache bei dem sender aber ich glaube dass jeder versteht was was damit gemeint ist und franz du bist ja durch alle höhen des tiefen des lebens gegangen von geborener unternehmer sohn der eine gaststätte übernehmen soll bis hin zum alkoholismus bis hin zum suizidversuch quer durch die welt zu allen von tibet bis keine ahnung bis im bralianischen zungel ayahuasca sitzungen schamanen bis du erkannt hast wo eigentlich deine aufgabe liegt menschen zu denen zu helfen diesen weg zu sich zu finden glaubt da sind wir jetzt und seit ein paar jahren machst du das und du bittest hier eben verschiedene kurse an lassen sie mal noch mal darüber sprechen wieso dass dir das sein anliegen ist menschen auch sage ich mal auf ihrer suche zu begleiten das ist jetzt sehr sehr spannende frage ich glaube dass die letzten drei oder vier zehn jahre dazu maßgeblich beitragen haben dass sie in mir so einen heiligen zorn gekriegt habe was meine ich unter heiligen zorn das heißt praktisch ich war so erzürnt weil ich mir denkt was lassen menschen alles mit sich machen ob es auch selber in meinem eigenen umfeld erlebt auf das brauche jetzt nicht eingehen weil es ist vergeben und vergessen aber das hat mich geprägt und ich habe ja im vorigen interview schon gesagt eigentlich wollte ich mich ein bisschen abschutten bin mir so der typ wie man denkt so ein bisschen einsiedler oder so ein bisschen mit meinem pulli und habe es mir alle gern da wärst du ja fast in tibet als mönch geblieben ja wie gesagt das haben wir beim ersten interview schon gemacht das war schon einmal so diese frage bleibe ich da als mönch oder nicht aber meine innere stimme hat dann gesagt nein es geht noch weiter da hast du was anderes zu tun und wie gesagt ich bin seit jahren auf diesem weg und scherzhaft sage ich mir eigentlich müsste ein platz im guinness buch der welt rekorde haben warum in punkto ausbildungen aber habe ich heute auf meinem home budget auch stehen weil es macht ja was aus wenn einer vier ausbildungen hat schmeichelt ja auch den ego und da wer sagt schau was der alles kann und gemacht hat heute muss ich selber schmunzeln weil wenn ich das alles wirklich auf meine homepage geschrieben hätte dann hätte ich zwei homepage wahrscheinlich gebraucht was ich schon alles gelesen habe und da war die frage natürlich für was habe ich das eigentlich alles gemacht natürlich in erster linie für mich natürlich nicht jeder der wasser seminar besuchte ausbildung macht und so ehrlich darf man sein macht für sich es hört sich zwar sehr schön an ich will es jetzt machen dass ich der welt dienen kann sehr sehr wunderschön an aber wenn wir ganz ganz ehrlich bleiben du kannst dir nur dann heilen oder wem helfen wenn du selber heil bist das ist für mich heutzutage unumstößlich und deine wichtigste kernaussage auch in der letzten sendung war ihr findet da draußen viele viele gurus und viele heiler etc aber die erlösung ist in einem selber ja das ist für mich sowieso das hauptthema und da bin ja oft angegriffen worden wir kennen das ja früher von der kirche da heißt es ja noch einmal Ketzer oder Kirchenfräfl oder was weiß ich und natürlich wird das als junger auch schon gelernt ich weiß das heute noch mal meine großmutter war sehr gläubig natürlich ist das ganz klar vom krieg her ich meine diese geschichten vom krieg diese erzählungen der opa der war in russland und keiner gewusst wie das ausgeht und also das ist das stimme schon sehr sehr schlimm vor und natürlich an diese aussagen das darfst du nicht sagen weil sonst straf dich straf dich der himmelfatter hat es aber gesagt also der strafende gott der strafende gott strafende gott und dann sagst du auf einmal im moment nein nein der erlöser ist in mir drinnen nicht da draußen dann wirst du natürlich eben schon gesagt habe ich so ein dorf wo ich aufgewachsen bin ein bisserl anders betrachtet ja wenn du anders bist als die anderen ist ja in einem kleinen dorf wo hause schon mal ein bisserl schwieriger weil du musst dich durchsetzen entweder du kriegst der krise lebenskrise weil du sagst warum bin ich nicht so wie die anderen wieso gefällt mir das nicht wieso möchte ich hier nicht diesen betrieb übernehmen machen ja alle anderen auch der freund der macht den schreinermeister der betrieb unter anderem wird das und sie schlosser und ich habe gaststätten wieso will ich das nicht die anderen wollen ja das auch naja irgendwie also es ist aber so schön im nachhinein das ganze zu betrachten ja das ist auf der einen seite kann man da ein bisschen sehr viel humor hineinlegen sehr viele erkenntnisse gewinnt man daraus es ist so schön dass man du warst das selber aus einem dorf aus einem landdorf da gibt es die freiwillige feuerwehr da gibt es den eisstockverein da gibt es bei uns in salzburg heißt es die schnalzer die was mit den geißeln da so laute töne von sich geben und gibt es ja viele gruppen und ich war praktisch als unternehmer so mitten im dorf in keinem einzigen verändern das hat mich nie interessiert nie ich war immer ein bisschen eigen ich war ich weiß noch damals wie der vater das wollte ich gerade erzählen weil der vater hat einmal gesagt zur mutter irgendwas stimmt mit dem bub nicht der muss einmal genau unter die leute naja und das habe ich mir dann eben schon dann zu herzen genommen das habe ich in der vorigen interview schon erzählt und dann bin ich halt sehr viel unter die leute gegangen halt leider mit negativen mausgang und so weiter nehmen und naja und wenn man so ein leben einmal erlebt wenn man heute noch diese alten menschen von früher trifft die was noch in dieser schleife drinnen hängen und ist es zu werten ohne zu werten es ist einfach es ist wie es ist und da ist irgendwann im und dann sind wir wieder bei diesen drei jahre koron und so weiter was aber da war und dann irgendwann ist in mir entstanden weil bei mir das ja so war du musst das machen das musst machen das musst machen und dann habe ich mir gedacht warum und dann ist es wirklich dieses wort schon einen scheiß muss ich machen ich muss wirklich einen scheiß machen weil dann ist mir das wirklich so warum mache ich die sachen wie ich es mache es geht einmal erstens um sicherheit es geht um die zugehörigkeit es geht um anerkennung da sind wir so bei der emotionalen bedürfnispyramide und das ist mir einfach dann einmal klar geworden ich mache das jetzt um anerkennung zu haben nicht weil das will aber es ist ja so schön das kennst du selber wenn die leute zu dir sagen bist du toll bist du klasse sind aber die gleichen leute die was am nächsten tag wenn du was anderes machst das gegenteil wieder sagen wir können das auch bei der zugehörigkeit speziell irgendwann es gibt sehr viele sekten auch da sind wir wieder beim spirituellen glauben geht es schon los bei der kleidung nicht ich weiß okay hier ich bin zugehöriger bestimmten regionen sowieso sowieso das ist es geht alles um das wenn man geht genau wenn man das einmal hinter durchblickt das ganze und natürlich das gesellschaftliche sowieso gesellschaftlich anerkannt was heißt das überhaupt es ist gesellschaftlich anerkannt und du musst dich so verhalten und das musst machen und dann erlaubst du dir anders zu denken anders zu reden hoppala na jetzt ist irgendwas die leute dann die bissl komisch anschauen zuerst tanzen belächeln das meinst jetzt aber nicht ernst doch das ist meine einstellung und so weiter und man kennt mir das ganze und da wird man halt praktisch als irre dargestellt seltsam dargestellt und ich habe das eh beim vorigen hinten schon gesagt oder ein bisschen weltfremd dargestellt und ich weiß noch ganz genau da war der pfarrer der pfarrer da das war aber nicht der bei uns in der gemeinde sondern es war anderer in einem anderen kontext und da ist um das gegangen weil ich aus der kirche ausgetreten bin weil er gesagt habe ich brauche keine religion und sowas weil ich gehe direkt zum zum schmied ich brauche das hat übrigens auch meister jesus bei den essänen wenn man die alten schriften durchliest auch so erklärt und da hätte ich als taufparte sein müssen aber ich habe als taufparte nicht zugelassen werden können weil er bei diesem verein nicht mehr dabei war und ich bin dann persönlich zu diesem pfarrer hingegangen und habe gesagt jetzt hätte er eine frage es geht doch um die liebe und das mitgefühl und die heilung habe dieses berühmte bürgerl mit gehabt gewisse passagen angestellt habe ich gesagt steht ja alles da drinnen habe ich gesagt warum darf ich jetzt da nicht dabei sein ich sage ich lese in den bürgerl nichts dass ich am verein beitreten muss damit ich das nicht machen darf und das war dann für mich wieder aus dann haben wir gedacht und dann ist dieses wort heuchler wieder gekommen weil dieser pfarrer hat dann andere sachen wieder gemacht was dann aufgedeckt worden sind denn jetzt keine namen ich bin auch nicht hier zum werten du ich nicht mehr aber nur dann habe ich einfach einmal durchschauen um gottes willen was geht es denn eigentlich in der welt was müssen wir tun damit wir was bekommen warum glaubst du haben so viele leute wirklich so viele leute hat kreuzschmerzen nicht weil dies und das ist sondern weil es einfach nicht mehr aufrecht durchs leben gehen weil man sich verbiegt das ist jetzt kein esoterisches geschwätz wie auch immer das lässt sich heute noch genau wir sind wir sind ja soziale wesen und wollen natürlich in der herde anerkannt sein wir wollen dazugehörig sein und immer wenn jemand ausbricht dann hat er natürlich ein ja wir wissen ja das aus unserem reptilien gehirn von wenn wir alle gemeinsam auf der jagd waren und jemand sage ich mir war auf sich reinigestellt der war eigentlich zum tode verurteilt weil der hatte keine überlebenschance und das hängt noch bei uns glaube ich sehr tief in unseren uhrprogrammen mit drin auf alle fälle war man sich ein bisschen auch ich habe durch meine ausbildung sehr viel auch mit der hirnforschung ein bisschen auseinandersetzen müssen irgendwann habe ich mich sehr fasziniert weil es einfach ganz schön ist einmal zu erkennen was da eigentlich da drin ist das ist einmal das hirn und so weiter wie das funktioniert wobei ich glaube dass da noch lange nicht nur so viel bewiesen ist und aber trotzdem diese zusammenhängen wie gesagt das reptiliengehirn warum wir so dicken wie wir dicken lässt sich bis zu einer gewissen weise sicherlich gut erklären und wenn wir natürlich so dicken wie du gesagt hast dass wir in diesem rudel waren dann brechen wir aus diesen rudel aus haben wir natürlich auch auf der einen seiten angst auszubrechen weil früher im urzeitalter wenn man ausbruch ist am rudel hat es bedeutet tot weil im rudel warst du stark und alleine warst du nichts deswegen haben wir viele viele menschen die was eine beziehung haben auch angst sich zu trennen obwohl diese liebe wenn es überhaupt nie war erloschen ist toxisch wird toxisch wird ja und ich glaube dass man jetzt endlich schau es reden so viele leute von dem erwachen und wir haben schon geredet über die sonnenstürme kommen auf die welt und alles bereitet sich auf diesen wandel vor aber der wandel wir sind ja permanent auf der flucht eigentlich wir fliehen in den alkohol wir fliehen irgendwo in einem verein wir fliehen in den social media kanäle was wie viele stunden jeder mittlerweile glaube ich sechs bis acht stunden am tag schon mittlerweile mit diesen geräten verbringt und hier in die vollinversion geht es wird ja noch zunehmen wir sind leidenschaftlich krank wenn man die ärzte arztpraxen sieht meine frau arbeitet in einer arztpraxis unglaublich was hier abgeht wir sind irgendwo völlig ja instabil geworden ja ich kann es nur bestätigen wie wir schon besprochen haben wir haben ja diesen täter zustand nicht dann haben wir als kind zwischen zwei und sieben jahre sind die kinder sind in diesem täter zustand das heißt die sind offen wie ein scheunentor geistig genau genau total da ist kein filter mehr da wie vom RAS vom radikulären nervensystem sondern das ist gar nicht eingeschalten sondern die sind einfach offen da prasselt alles rein und natürlich ein kind tut er alles auf sich beziehen Papa ist schlecht drauf, Mutter ist schlecht drauf, was hat das mit mir zu tun aber was will ich damit sagen Täterzustand es kommt alles ungeprasselt rein und natürlich prägt uns das aber was halt viele nicht wissen das heißt gerade dieses Wort Fernsehen angesprochen wenn wir uns da vor dieses Kastl hinsitzen und in diesen Fernseher schauen kommen wir auch in diesen Täterzustand und das was da gezeugt wird kommt ungefiltert zu uns rein und unser Gehirn kann nicht unterscheiden ob das jetzt ein Horrorfilm ist der was irgendwer der Stephen King geschrieben hat oder ob das wirklich ist das prasselt in uns hinein und wenn man heute ich weiß ja nicht ob das stimmt diese durchschnittliche Fernsehzeit der Menschen schaut fünf Stunden am Tag ich habe aber wirklich gestaunt dann kann natürlich sein dass wir da irgendwo manipuliert oder irgendwo auf eine andere Schiene kommen denn es hat einmal da es gibt ja empathische Abstumpfungen und alles was auch wir sind ja permanent Christen wir sind ja permanent irgendwelche Gewalt, irgendwelche Kriege irgendwann stumpfen wir da ab sozial ja empathisch und wenn wir heute nehmen wir den Albert Einstein her da hat er gesagt alles ist Energie und der Genius Nikolaus Tesla hat gesagt wenn du das Universum verstehen willst musst du in Frequenzen in Schwingungen und Energie denken und das möchte auch den Menschen mitgeben wenn wir die Chance haben dass wir so eine großartige Sendung machen mit welchen Schwingungen Energie und Frequenzen willst du dich umgeben das heißt ich bräuchte ein bisschen mehr Lebenshygiene was unser soziales Umfeld was unser Denken was unsere Kommunikation betrifft ja und Großes ist einfach letztendlich sind wir fühlende Wesen ja und letztendlich wissen wir es ist auch nichts Neues letztendlich geht alles um diese Gefühle warum willst du ein neues Auto haben weil du dich gut fühlst da gibt es ja das berühmte Buch vom Erich Fromm haben oder sein genau wenn du was hast oder kaufst dann hast du eine kurzzeitige Befriedigung und dann sagst du okay es ist vorbei jetzt kaufen wir wieder was Neues genau hat ja auch mit unserer Topamination zu tun dieses Topamin dieses Belohnungszentrum Amazon bestellen und Facebook und so weiter aber es geht ja eigentlich um diese Gefühle und ja aber wenn ich jetzt schlecht drauf bin sagen die Leute zu mir was soll ich jetzt tun dass halt wenn du wirklich schlecht drauf bist dass dieses Denken nicht gleich funktioniert wissen wir du sagst ich weiß nicht du hast jetzt einen Streit mit deiner Frau irgendwas bist du ein bisschen zerknirscht und sagst Franz was soll ich jetzt tun dann sag ich die Geneppo Muck du ein bisschen positiv denken das wird schon dann wirst du sagen genau dann gibt es natürlich auch noch du kannst dich halt gerade hinsitzen und die Mundwinkel nach oben ziehen du kannst halt auch anders sprechen alles gut aber wir haben uns wieder vergessen was wir für uns schon bei uns haben Atmen und das ist natürlich ein bisschen für die Menschen das lernen wir nicht mit unseren Gefühlen richtig umzugehen das habe ich auch nicht gelernt ich war so fremdgestaltet Männer zeigen überhaupt keine Gefühle oder das hat ja da können wir Geschichten vom Dorf erzählen diese harten Jungs am Stammtisch aber Jahre lang also Jahre später bevor ich vom Dorf schon weg war habe ich diese Geschichten ein bisschen nachverfolgt wie es manchen geht erschütternde Geschichten waren da dabei weil sie einfach diese sie haben nicht gelernt diese Gefühle zuzulassen oder geschweige denn ein Gefühl zu fühlen was heißt das überhaupt rein fühlen ins Gefühl genau und wenn ich heute einmal einen Zweifel habe dann darf ich als Mann einen Zweifel haben ich darf einmal den Zweifel fühlen ich darf einmal genauso auch meine meine Ohnmacht fühlen und das ist das Witzige wenn ich heute dieses Gefühl einmal durchfühle mit einem richtigen Atem dann fühle ich es einmal ich gebe mich ganz der Ohnmacht diesem Gefühl hin mit einem schönen Atem und dann passiert ganz was Schönes dieses Gefühl schwächt sich ab weil ich das Gefühl gewürdigt habe und wenn ich ein Gefühl würdige dann klingt das ab und sage danke dass du mich gewürdigt hast Franz jetzt kommen wir doch zu deinem Thema eine Scheiß muss ich ja das heißt Menschen kommen zu dir weil sie vielleicht Probleme haben weil sie sagen okay ich möchte irgendwie ausbrechen es taugt mir nicht mehr dieser Alltag oder was auch immer oder der Beruf oder meine Partnerschaft was machst du dann mit diesen Menschen oder wie begleitest du sie Naja das ist ja mal ganz klar ein Mensch kommt jetzt zu mir und du hast dir das schon gesagt einen Scheiß muss ich mach mit wenn du dich wieder lebendiger fühlen willst im Leben dann bin ich der richtige Mann zugleich wirst du deine Ohnmacht loslassen und will lebensvolliger durchs Leben gehen so ist es auch auf meiner Homepage geschrieben und das fasst einfach das zusammen was ich mache wie passt denn das zusammen weil du hast ja auch was drauf ich lese jetzt nochmal Todesmeditation also wenn du lebendig bist muss das erst tot sein okay naja das ist ja letztendlich ich war ja lange Zeit wie gesagt auch im Kloster habe ja auch Qigong den diplomierten Qigong-Lehrer gemacht und die Heilausbildung damals noch beim Wavananda persönlich und letztendlich ist ja dieses Qigong letztendlich stirb und werde das heißt nicht vermutlich das erleben wir jeden Tag du stirbst am Abend weil du die Augen zu machst und am Abend hast du wieder ein Werden ein Sein weil du wieder aufstehst und das ist ja uns Menschen nicht bewusst weil wir unbewusst durchs Leben gehen eben wir haben gesagt haben am Abend lege ich mich vielleicht noch vom Fernseher hin schauen wir noch am besten die Nachrichten an wie es in der Ukraine zugeht und hören wir nur einen anderen Käse an und mit den schlafe ich ein und in der Früh stehst du wieder auf mit Hello Tagesschau oder Tagessnews und schon wieder fünf Umfälle auf der A9 die Spinnung wieder unten genau das ist ja letztendlich stirb und werde du machst die Augen im Vertrauen zu warum machst du die Augen überhaupt zu weil du vertraust dir letztendlich drauf dass du wieder aufwachst dass du wieder aufwachst es gibt auch Menschen die können nicht schlopfen weil die so ein Unvertrauen drinnen sind dass sie sich gar nicht mehr trauen die Augen zu zu machen weil sie Angst haben dass sie nicht mehr aufwachen auch das gibt es und weil du gesagt hast die Todesmeditation es ist letztendlich ein Erinnern ich bin dazu da ich tu dich nur erinnern ich möchte niemals ein Guru sein ich möchte niemals dass mich Leute anhimmeln das will ich also nicht der kommt zu mir wir haben das erlöst das Thema zack wieder schauen ich würde mir niemals ermessen dass ich heute Leid bei der Stange halte und warum weil ich es ja selber auch gemacht habe ich habe auch selber auch auf Guru suche und habe an so vielen Gurus gelebt und auf einmal bin ich draufgekommen brauche ich gar nicht brauche ich gar nicht ja aber das ist glaube ich auch das Schöne bei dir dass du sagst okay ich habe ja diese ganzen Höhen und Phasen dieses Lebens wo Menschen zu mir kommen ob das jetzt Partnerschaft ist das Unternehmen ist oder ob das was auch immer ist selber durchgemacht und habe auf der Suche bestimmte Techniken bestimmte Antworten gefunden wie man sich selber erlösen kann und das jetzt weiterzugeben oder als Partner zur Verfügung zu stehen wie jemand der sagt ich weiß genau wie du dich jetzt fühlst und ich weiß genau was du gerade durchmachst das ist glaube ich die Stärke oder ich glaube das ist meine große Stärke weil ich ich habe einmal das war vor ich kann es jetzt auch nicht mehr sagen aufs Jahr was Schönes gelesen und zwar da ist gestanden Jesus hat sich 30 Jahre vorbereitet auf einen dreijährigen Dienst und heute bereiten sich die Menschen nur drei Jahre vor auf einen dreißigjährigen Dienst und das was will ich damit sagen wenn man heute eine gewisse Erfahrung wenn man heute gewisse Dinge mal hat und das dann weitergeben darf in einer wirklichen authentischen Art und Weise und man weiß wo man spricht glaube ich ist das einfach für den Menschen ein Segen und heutzutage sehe ich halt viele die was so auch gut gemeint vom Herzen so Wochenende Ausbildungen machen das heißt kurze Vorbereitung und dann glauben sie jetzt sind sie nunmehr nicht zum Werten auch die sind sicherlich vom Herzen aber ich glaube ich ein gewisses Maß an Erfahrung an Selbsterlebten gehört einfach dazu um Menschen zu begleiten das denke ich auch du schreibst hier auch Aktivierung der Herzfrequenz Erhöhung deiner Energie ja ich meine es gibt den wunderschönen Spruch Energie gewinnt egal wo du hingehst wenn sie jetzt zwei Menschen treffen mich zwei treffen sie jetzt es wird der Mensch den besseren Nutzen ziehen der eine höhere Energie hat logisch wo du halt irgendwo hingehst du wirst den Menschen begeistern wenn du in der höheren Energie bist als wir die Menschen und das kann jetzt natürlich in zwei Dingen ausgenutzt werden ich kann es jetzt auch manipulieren zu der Seite und ich kann es natürlich manipulieren zur anderen Seite sind wir wieder bei den ganzen Gurus und Leute die sagen ich bin der Erlöser wie auch immer die haben auf einmal mehr Energie die könnten jetzt die Menschen dazu anregen den eigenen Erlöser in sich zu suchen sie können natürlich auch die Energie einsetzen und sagen kommt folgt mir nach auch das passiert und Energie ist sowieso so ein Wort was ist überhaupt Energie was ist Energie Energie ist alles ist Energie es ist alles Energie wenn wir das einschalten Atome und so weiter aber ich glaube dass diese Energie viele Menschen auch falsch in den Mund bekommen denn es gibt eins es gibt den Selbstoptimierungswahn ja und da muss ich aber auch da man schon oft die Finger verbrennen weil ich schon ein paar Leute angegriffen habe aber ich tue ja keinen böswilligen angreifen aber ich tue halt was in Frage stellen und zwar dieser Selbstoptimierungswahn heißt ja ich darf ja fast nicht mehr Mensch sein ich muss den ganzen Tag in einer Energie sein dass da fast einen Kopf zerreißt ich muss ja fast strahlen ich muss ja unglaublich wie so ein Atompilz durch die Gegend rennen ja Sport machen bis zum Umfang alles Waschbrett Bauch musst haben da musst du in der Früh schon die Kalorien zu in drei Karottenscheiben zwei Bananen Mittag darfst du deinen Smoothie trinken Nachmittag Kaffee geht nicht du musst dann schon den Koffein frei trinken auf Nacht der Weißbier ist auch nicht erlaubt weil du darfst ja nur mehr das Wasser trinken und im Wasser musst du schon zuhlen dass im Wasser auch Nährstoffe drinnen sind die Mikroalgen weil es passt auch nicht mehr zusammen und 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 nebenbei hast du aber zwei Sackerl Tabletten da dreißig und da dreißig was du den ganzen Tag rein wirfst dass du überhaupt glaubst was tut denn der weil dem ist ja eine Lange von den Tabletten und Nahrungsergänzungsmitteln müsste der Lange auch satt werden weil wenn du es einem afrikanischen Kind gabst die was hungern und gibst dann die Ration Tabletten was der am Tag isst das Kind verreckt das ist ja gar nicht geworden ist jetzt natürlich ein bisschen lächerlich gemacht das ganze aber das glaube ich und da sind wir wieder bei diesem falschen Gelehrten sag ich mal immer wieder werten falsche oder oder positive Vorbilder aber ein Vorbilder wie du bist so Vorbilder haben wir eigentlich gar nicht weil das ja was sollte man da noch konsumieren wenn du sowieso schon bist was du bist das ist ja ganz ein tolles Beispiel genau warum sollte ich es heißt ja Vorbild es steht was vor dem Bild und ich sage aber so und das Bild das wäre mein Sein aber ich kann mein Sein nicht sehen weil ich ja ein Vorbild habe ich schaue praktisch was an was nicht ich bin und letztendlich könnte man es jetzt auch wieder runterbrechen es heißt eigentlich I am that I am ich bin der ich bin und dann jetzt sagt man den Leuten ja was heißt das ich bin der ich bin ich sage ja ich bin der ich bin ich brauche nichts tun ich brauche nichts haben ich bin einfach ich muss auch nichts mehr werden weil ich schon bin ich brauche nichts mehr da ich darf jetzt einfach da sitzen und mit dir reden was in 30 Minuten ist das wird ja in 30 Minuten sein ich kann auch über die Kabel stolpern ich kann mir das Genick brechen keine Ahnung ich weiß es nicht aber jetzt bin ich und fertig hat das auch mit dem zu tun dass wir diesen Moment zu wenig erleben ha es gibt Kälberer heißt das das ist ein bayerischer Sänger ja Momentensammler es gibt ein Lied das heißt der Momentensammler und schönes Lied das Liedl habe ich mir gehorcht und wenn ich ein Liedl mag ein Liedl mag es wird bei mir Tag und Nacht gespielt und dann habe ich mir gedacht siehst du das und seit ich das Liedl gehört habe sogar zu den Liedln weil ich spiele das auch auf meine Workshops wird das Momentensammler ich kenne es auch von früher trainieren auf den Berg stundenreinig passt zwei Minuten muss man früher gehen passt nächstes Mal wieder geht es nicht aus und heute diesen Moment genießen einfach dieses Sein mit den Leuten genießen aber es ist halt zu schwer weil diese Gesellschaft so auf Druck ist wenn du heute hinkriegst Leistungsgesellschaft hat natürlich seine Vor- und auch seine weniger Vorteile der Hans-Peter Thürer der gefällt mir immer ganz gut der war ja Quantenphysiker und der war eigentlich derjenige der gesagt hat was wir in der neuen Physik gefunden haben dass es eigentlich in Wirklichkeit nur das Nicht-Aufgeteilte gibt die Art weiter die Nicht-Zweiheit der hat immer gesagt dieser Leistungsdruck oder er hat gesagt beim Sport wenn die Läufer antreten sagen wir können gerne Sport machen aber wenn der Startschuss kommt sollten sie loslaufen aber jeder in die eigene Richtung weil ich sage es kann nicht sein dass der wo zwei Zettel langsamer läuft dass das der Loser ist sondern das das macht ja keine Rolle das ist wenn jeder hat gewonnen ja ja das ist wer hat den gewonnen der der am längsten lebt oder der am meisten Geld gesammelt hat oder der am höchsten Berg bestiegen hat muss man überhaupt gewinnen wer hat denn das Leben gewonnen ja was heißt überhaupt gewinnen ich weiß nicht ich weiß nicht was müssten wir denn überhaupt wirklich einen Scheiß müssen wir einen Scheiß müssen wir genau wir müssen einen wirklich einen Scheiß und das habe ich auch schon mit Doktoren einmal gesagt weil war einmal eine Frau aber entschuldige dass ich die unterbricht aber da werden natürlich jetzt viele aufschauen und sagen ja klar wir brauchen ja gesellschaftliche Strukturen wir brauchen gesetzgebliche Demokratie nicht Legislative Judikative Exekutive wir müssen ja irgendwo Strukturen bilden weil sonst macht ja jeder alles was er will und die Menschen sind ja teilweise auch nicht so vernünftig und nur das Gute zu tun und etc. ja das kann alles sein aber das hat auch dazu geführt dass wir überhaupt nicht mehr leben einen Scheiß muss ich heißt ja jetzt endlich auch die Leute zum erinnern einmal hinterfragen zu beginnen genau einfach zu hinterfragen nur weil oben wer irgendwann irgendwas einmal gesagt hat und ich nehme aber dieses berühmte Beispiel wo der Mama die was den Schweinsbraten kennst du das Beispiel nein ich also wo sie links und rechts das Enten aber abschneiden und die Tochter geht hin und sagt du Mama warum schneidest du links und rechts beim Schweinsbraten die Enten ab und die Mama sagt ja weil das das hat oben auch so getan aha gut dann geht praktisch die Tochter von der Mutter praktisch zu der Großmutter und sagt du warum hast denn du beim Schweinsbraten aber das und das abgeschnitten ah so sagt Schatz schau weil ich habe so einen kleinen Bräter gehabt da ist der Schweinsbraten reingegangen jetzt habe ich links und rechts jetzt habe ich abgeschnitten und habe die Sticker da oben drauf und habe das dann schon eingebraten und die Mutter hat es halt einfach übernommen ohne zum nachdenken und heute sage ich auch zu den Leuten eben ein Scheiß muss ich denkst einmal nach warum du das was du jetzt tust tust ist das was da drinnen ist wirklich so wie du denkst da bin ich ein bisschen bei der Kette bei ist das wirklich wahr was ich gerade denke und da sind aber diese auch bei diese Seminare was ich da mache da ist ein bisschen auch so eine Innenschau auch was hast du für ein Selbstbild von dir schreibst das einmal auf dann lässt das vor das ist aber dann für die Teilnehmer wenn das jeder für sich einmal vorlesen muss ist das ein bisschen eine Mutprobe aber es passt ja auch und dann stimmt das wirklich stimmt das wirklich dass ich der Depp des Jahrhunderts bin stimmt das wirklich dass ich das nicht kann weil ich kann das nicht hat meistens damit zu tun ich will das nicht und woher kommt das ich will das nicht das hat mit einer Blockade zu tun meistens und eine Blockade kann man meistens dann aufspüren aber nicht im Verstand sondern welche Rolle spielt denn das wahre Sein dass man sagt ich mache meine Berufung oder ich lebe meine Berufung bei dir wenn Menschen kommen und sagen ich bin vielleicht unglücklich ich mache immer schon Bäcker aber eigentlich wollte ich auch der Mechaniker werden gut ich bin dabei ich sage aber so es gibt heute Therapeuten wunderbare Menschen die was spezialisiert sind wie eine Partnerschaft gelingen kann es gibt Leute eben wenn du sagst Sport wie kann ich schneller werden im 5 Kilometer Lauf oder im Marathon und du hast jetzt gerade diese Berufung angeschnitten ich muss sagen wenn ich mit einem Menschen rede und ich möchte es herausfinden ich traue mir das alles nicht zu aber meine Spezialität oder was ich einfach mache ist einfach Leute lebendiger zu machen dass die mehr Energie haben dass sie sich mehr zutrauen dass einfach entdecken und dann läuft der Rest von selbst und das andere kommt dann meistens weißt du also wenn du zu mir kommst und sagst du Franz kannst du mit mir meine Berufung herausfinden sag ich muss ich ganz sagen nein kann ich nicht aber ich kann mit dir mal dieses Programm machen das und das und dann schauen wir weiter weil ich möchte ja nicht der Allerweltsprophet sein der was alles kann und für jede Frage Antwort hat das da gibt es viele andere die das machen da brauche ich nicht dazu du schreibst ja bei dir eine schamanistische Heiltrance ja das ist auch ein Teil dieses Programms das ist auch ein Teil des Programms natürlich ich gebe das ehrlich zu ich habe das gelernt bei Schamanen zum Beispiel beim Alberto Viloldo und habe vieles Wissen mir angeeignet und natürlich das ist für mich ein bisschen so verpackt wie es halt für mich gut ist und schamanische Heiltrance klingt natürlich jetzt für den Teilnehmer das ist natürlich ein kleiner Marketing Gag auch natürlich sehr interessant aber so ehrlich bin ich ich spiele ja mit offenen Karten natürlich ist das mit einer Trommel natürlich hat das mit Feuer zu tun natürlich hat das mit Inkehr zu tun aber das ist jetzt nicht das große Geheimnisvolle weil ich glaube wir dürfen auch bei euch in Bayern kennt ihr ja das Kartenspiel das Schnapsen oder wie sagt ihr das dazu das sind einfach die Karten und man darf einmal in die Karten also bei mir darf man in die Karten schauen das hat es und ich brauche da nicht irgendwas Geheimnisvolles oder was es ist nicht eine Konditionierung für uns dass jeder seine Geheimnisse hat damit er sich in dieser Ellbogengesellschaft sage ich den maximalen Vorteil verschaffen kann das stimmt das hat jeder seine ganzen Schwächen offenlegt er hat Angst dass der andere die ausnutzt das kann sein aber es hat auch sehr viel glaube ich mit dem Selbstwertgefühl zu tun nicht mit dem Selbstwert sondern mit dem Selbstwertgefühl und Selbstwertgefühl ist nicht alles aber ohne Selbstwertgefühl ist alles nichts und das am Menschen das ist auch wie gesagt das gehört auch sehr viel zu meiner Arbeit dazu ein Gefühl des Selbstwertes zu fühlen weil ich kann dir jetzt hunderttausend Mal sagen Nepomuk du bist ein toller Kerl Nepomuk du kannst das Nepomuk du schaffst das Nepomuk super 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 und du bist erbaut nach zwei Tagen und gehst heim wieder Pfau aber nach drei vier Tage gehst du wieder runter fühlen das Selbstwertgefühl fühlen und das geht auch bei einem Scheiß muss ich ich möchte dich mit diesen ganzen Sachen in dein Selbstwertgefühl bringen weil wenn du einmal diesen Selbstwert fühlst dann passiert was Magisches viele Dinge wirst du nicht mehr tun und andere Dinge wirst du in dein Leben einladen weil du dein Selbstwertgefühl fühlst und dann fragen mich die Leute passt und dann habe ich das gemacht und dann bin ich erlöst dann sage ich dann muss ich aber lachen weil ich sage aber so Erlösung ist ein Weg Erlösung ist ein Weg jeden Tag kann ich mich wieder ein Stück weit selber erlösen jeden Tag kann ich wieder weil erlösen heißt ja auch lösen steht da drinnen und ich glaube das hört bis wir irgendwann einmal da gehen bis wir die Realität wechseln dann werden wir viele Zwänge lösen genau ich glaube auch und da dürfen wir uns ein bisschen auch humoristischer sein da dürfen wir ein bisschen mehr Güte mit uns haben wir dürfen mehr Selbsthumor das ist sowas also über sich selber lachen hat der Viktor Frankl einmal gesagt also mein indirekter Lehrer von der Logotherapie ist die größte Transzendent was er noch haben kann über sich selber einfach lachen Franzi oder nicht schau das hast du halt ziemlich schön versemmelt einmal über das drüber lachen und sagen ja und passt auch weiß was ich meine weil es ist ja nur ein Spiel es ist ein Spiel und da sind wir wieder in den Scheißmusik weil mal weg von dieser Perfektion genau wir sind vor allem vom Deutschland die Deutschen sind so in der Welt bekannt für ihren Perfektionismus ein Termin ist ein Termin und da kommt man nicht fünf Minuten zu spät und so weiter genau in anderen Ländern ist ein Termin heute oder morgen das weiß man nicht so genau also wir nehmen das alles so ziemlich ernst ziemlich ziemlich straight in Afrika da sind wir zu die zu die jetzt weiß ich nicht mehr die Falls was da geheißen haben da wo der Nilfals und ich bin zum Bus gegangen und hab gefragt wann geht denn der Bus natürlich österreichisch deutsch morgen da sag ich schön ja wann der kann um 6 in der Früh gehen der kann aber um 12 auf die Nacht gehen zum Glück habe ich glaube ich vier oder fünf Stunden nur warten müssen aber dass wir mal wissen und wir haben jetzt zuerst ein bisschen geredet auch über diese künstliche Intelligenz ja und über das ganze perfektionistische und pflegen und suche also pflegen pflegen sage ich Segen und Flucht zugleich hätte ich mit einer nicht mehr zwei Seiten in dem natürlich auch das alles so perfektionistisch ist muss man als Menschen nicht aufpassen dass uns die Maschine nicht zu Perfektionisten macht genauso umgekehrt nicht und ich glaube darum ist es so wichtig in der heutigen Zeit als Menschen wieder beieinander sitzen locker sein im Fernsehen ausschalten vielleicht einmal eine Gitarre nehmen vielleicht einmal ein bisschen Witz verzöhnen vielleicht einmal sagen hey ist doch nicht so schlimm vielleicht einmal einen Schulterklopfen vielleicht einmal Gaudi machen und sagen weißt du was du der Abend den feiert man heute das heißt ja feierabend und der gehört heute uns und heute dauern wir uns einmal über das ganze was da draußen ist einmal lustig machen und ich glaube das ist schon viel gewonnen wenn man das kann dann in der Gemeinschaft ja manchmal ist es brauchbar besser als perfekt sowieso das ist aber wie gesagt ich bin ja nicht da dass ich die Menschen sage wie sie zum Leben haben ich bin ja nur da und da wenn ich um Rat gefragt werde wie nachher wie mir einfach gesagt lebe ich genau du bist nicht da zu missionieren sondern wer kommt den gebe ich Nein und nochmal die Botschaft was wir beim nächsten Mal schon gesagt haben dass der Erlöser oder wie auch immer nie da draußen sein kann nie und es ist was mich seit Jahren immer begleitet trachte zuerst nach dem Königreich alles andere wird dem zugefügt und wo kann das Königreich sein da drinnen und wenn ich da eins schaue dann kommen einfach Dinge auf mich zu wo ich gar nicht glaube wenn ich da eins schaue dann sage ich Moment Selbstwertgefühl Dankbarkeit Güte Demut wie auch immer wenn ich nach dem trachte dann brauche ich ganz anderen Resonanzbogen oder Feld auf und dann kommen Dinge zu mir wo ich gar nicht geglaubt habe dass es die überhaupt gibt sowas hat er auf alle Fälle in meinem Leben Franz das war ein wundervolles Schlusswort und ich hoffe dass wir wieder einmal ein Gespräch führen und liebe Zuseher ihr habt es mitbekommen ihr braucht es nicht zu werden ihr seid schon das Himmelreich ist schon in euch ihr müsst eigentlich scheiß aber nur das was euch gefällt und danke dass ihr dabei wart bei Time of Change Danke Ratz Danke sehr Danke